ok ich hab's egal aber ja der gott allerdings hat gestern endlich sein neues lied hochgeladen und was gibt es natürlich besseres als aufzunehmen und sie einen zu zeigen also dann leute hier ich mal sagen wir beginnen hier direkt ja das mal wieder gezeigt ist noch bevor ich irgendwas machen konnte hat er mir meine nummer geklaut er wurde jetzt vom held fördert zum mvp warum auch nicht hat er sich auch mehr als nur verdient nach im hintergrund hatte gerade übrigens das angesprochen lieben so also ja denn es ist schon krasser typ aber gut der ist auch ja da ich glaube momentan als mitglieds also das längste mitglieden klaren ich habe gesehen wie er schwach wurde ich habe gesehen wer stark wurde und so weiter halt also auf den denn es ist auch verlass ich will ihn auch höher stellen als ziemlich alle anderen weißes na gut so viel zu denn es ist angriff auf die 1 die 2 natürlich auch noch direkt gemacht handel person leute handel passt gut auf die beste ist es aber auch gar nicht so schwer wie auch meinen gegner denn es ist ein krasser typ dann kann ich denn es schade was erlernen muss ansonsten die direkt noch in die folge reingelassen ja da ist jetzt übrigens auch hier im clan der erste typ der der rank mvp erreicht hatte deshalb doch mal die wunsch an dich ach das ist ja schlecht wenn man zwei baby drachen in der klaren bock hat ja aber jetzt wenn sie sich als trennen oder einer stirbt dann wird die power gar nicht aber dass er noch ein zauber verschwendet aber egal hat lange für mich behindert so weiter geht es zum dritten angriff ich zum zweiten den habe ich gemacht ja also ich muss schon sagen danke vier da war eine richtige herausforderung für mich bin ich ja schon fast gescheitert also so ein guten gegen hat schon lange nicht mehr krass wird noch mal richtig knapp gegen ende also ihr seht es ja auch schon ich hatte praktisch keine chance als welche geschafft habe das war schon noch richtig die gehelten tat muss ich mich mal selbst loben um die natürlich auch weil ihr so eine krasse solide base gemacht hat der mich als fast wächst gräuter aufgehalten hat also der typ war schon krass ja jeden mal vier gegen die habe ich auch noch kaum bestanden war mal wieder ein richtig knapper angriff ja aber gut mein gohawk das ist eh noch nicht so toll äh gohawk klar mein messhock das eh noch nicht so gut also für mich untrainierten spaß hier war dieser gegner natürlich eine richtige ausforderung sieht man auch wir sind am ende noch kaum hocks übrig geblieben mit denen ich das geschafft hätte das kam da wirklich auf die sekunde an als die verteidigung kaputt war krasse krasse gegner mal wieder oder er genau so ist es auch bei ach nee warte das ist ja der wird von dem welt angegriffen ja ja jetzt hat aber auch da schon weniger probier als ich als herz noch riesige schafft das ist auch hier ja eine schöne ausgefallene taktik auch wenn sie in diesem fall leider nicht so funktioniert hatte hatte den trister bekommen leute da sieht man wieder die lachen zum einmal das was ich weiß nicht ich werde ihm diesmal glaube ich so eine just baby dragon test folge machen wird mir aber glaube ich nichts bringen aus einem kleinen trophy drop ja gut dafür gibt es ja aber eigentlich dass leute aus dem kleinen attackieren das finde ich auch so schön hier an dem neuen so hier hat wie hat nelson abgerockt er ist es auch gut dass hier etwas schwächtig begonnen aber der wird immer besser das ist im interessanter zu sehen wie leute wachsen wenn ich mich dann die angriffe der mani damals hingelegt hatte da fremden schaue aber inzwischen ja sie sind hier mittlerweile richtige pros geworden ja gut ihr müsst euch auch mal meine ersten angriff wir sehen das kommt mit der zeit halt ja so dann hätte ich wieder ein extrem schweres spiel bin ich fast dran gescheitert leute also der donnerkeil der tier fast verloren da seht ihr es auch die baubrecher sind schon kaputt gegangen hätte ich den angriff auch schon fast aufgeben aber ich bin dran geblieben und leute guckt was aus geworden ist ein richtig knapper epischer angriff also guckt euch das an da kam es wirklich auf die einzelnen bogenschützen an krank aber genau solche versuche ich hier sorgte für dich nicht locker diese gewinne sondern welche bei nicht mehr auch etwas mehr machen sollte oder hier der mani er hat auch nun mal wieder nur ganz knapp geworden also man sieht dann wieder erfahrt fand ich wie alle kraft alle truppen und alle energie in diesem angriff steckte das liebe leute ist wahre kunst dann das hier war sowieso der knappeste angriff den ich bisher in meiner klatschopplans karriere hingelegt habe das müsst ihr euch angucken da bin ich fast geschoben also guckt euch das an für ein tr 6 hat er schon extremst solide def das er mich als neuner fast kaputt gemacht hatte krank respekt respekt lieber ab du ja und jeder der hat natürlich auch gut geteckt so aber gut an den oder da kommt auch kaum wieder wer dran krass leute hier fällt gerade auf diese zölle dauert die folge diesmal nur sechs minuten normalerweise wenn ich hier die angriffe zeige auch vielfache schwierigkeit dauern wie so um sechs um zehn minuten rum aber gut leute geht mir marsch vorbei muss ich keine drei stunden rendern so soviel zu diesem cw auf der cw hat euch gefallen hoffe das sieht vom gottholik zu halten im hintergrund hat noch mal einen richtigen pep dazu geben nicht vergessen bei ihm vorbeigucken talentiert ist der marschmusik musiker den es gibt in deutschland bis dann leute bis dann